Der Moment geht es ganz gut. 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 Für was war der Friedhof nochmal? Für deine eigenen, wenn sie sterben, werden sie zum Friedhof gebracht, dann kommen sie als Vampiro oder so. Der Moment geht es ganz gut. Achso. Der Moment geht es ganz gut. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Macht sie fertig. Die haben alle so Blähungen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch größer? 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 Am Ende! wie jetzt die nächste karte heißt Elfentanz Elfentanz sieht nach zwei Gegnern aus könnten aber auch drei sein da kommt eben es macht man hier den ganzen scheiß nur weg was ist hier los höhen einnehmen das ganze zeug wir machen den tempel was größer warte stopp wir könnten wo diamante da sehe ich mich doch da sehe ich mich bei dir hier hast du auch wieder im grunde genommen hier fünf räume vorgegeben ja so nicht schlecht ja das hört man gerne aber den könnten wir ehrlich gesagt ein bisschen größer machen bei den ganzen fischern so 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 einmal einen blauen und einmal einen grünen gegner so 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 das ist natürlich echt ein weiter weg für die diamanten zur schatzkammer so 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 Attacke! Attacke! Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kommt, haut's weg! Ein Folteropfer geht als Geist zurück. Kommt, haut's weg! Warte mal! Schlepp die Schweine ab. Okay. Okay. Ich könnte es quasi ... Ich könnte hier gleich schon mal trainieren, die kleinen Kackpatzen. Eine Tür wurde hergestellt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020